Es lief die letzte Spielminute und damit die Zeit, in der Derby-Helden geboren werden. Fredenbecks Keeper Edgars Kuska hielt den letzten Ball und damit den knappen, aber so wichtigen Sieg für seine Mannschaft fest. So viele Emotionen im Kopf, das ist unschreibbar. Ich sieg zwei Punkte im Derby dazu und die wichtigen Punkte sind echt ein Vier-Punkte-Spiel, wie immer, die letzten Spiele und so Glück, Glück, nur Glück im Kopf.